Was lesen Sie gerade? The Secretist von Donna Tartt. Und worum geht's da? Es geht so ein bisschen um so einen Jungen, der in so einem College lebt und da halt so eine Freundesgruppe hat und die so sehr mystisch ist. Und es wurde schon angeteasert, dass da irgendwie so ein Mord passiert. Und ja, sehr spannend. Wie sind Sie auf das Buch gekommen? Über TikTok. Tatsächlich? Ja. Über einen speziellen Account? Ich weiß nicht mehr über den Account, aber das gingen auch sehr über Bücher da. Da wurden immer wieder Bücher gefunden. Also das heißt jetzt BookTok, oder? Das heißt, es wird TikTok immer wichtiger auch als Plattform für Literaturempfehlungen? Ja, auf jeden Fall. Und wie haben Sie das Buch dann gekauft? Noch in der Buchhandlung oder online? In der Buchhandlung, ja. Und wo fahren Sie jetzt hin? Nach Berlin. Dann wünsche ich eine gute Reise. Danke. Du kommst auf die Reise traumatic arising. Vielen Dank.